Kimpas Air ist ein neuer Weg, Lebensmittel zu pasteurisieren. Hallo, mein Name ist Guido Kassel. Ich bin Manager Sales der Myco Food Solutions. Wir sind ein Hidden Champion mit weltweiter Marktführerschaft im Bereich der industriellen Mikrowellentechnik und Plasmatechnik. Die Food-Industrie steht vor großen Herausforderungen. Es geht um Energieeffizienz, um Nachhaltigkeit und Optimierung insbesondere in thermischen Prozessen. Die Mikrowelle wird hier jetzt zur Schlüsseltechnologie. Sie ermöglicht große Fortschritte in allen wichtigen Bereichen, die zählen. Wir bei Mücke arbeiten als hochqualifiziertes und motiviertes Team, um diesen Anforderungen passende Lösungen gegenüberzustellen. Das Team der Myco Food Solutions besteht aus Fachleuten, die seit vielen Jahren die passenden Kompetenzen über die gesamte Leistungssituation Care to Food entwickelt haben. Wir verstehen hier die bestehenden und neuen Prozesse. Kimpas Air ist ein neuer Weg, Lebensmittel zu pasteurisieren, macht neue und nachhaltige Verpackungen verwendbar, um zum Beispiel Kunststoff zu reduzieren. Er erschließt damit neue Dimensionen, die mit bisherigen Prozessen so nicht erreichbar sind. Konkret, hocheffizient, kontinuierlicher, schneller und schonender im Prozess, für mehr Qualität, zudem 100% digitalisiert und damit vollständig transparent in den Optimierungsmethoden sowie Lebensmittelsicherheit und Dokumentation. In der Konsequenz sehr sparsam im Energieverbrauch. Kimpas Air ist zudem einfach in bestehende Prozessketten integrierbar, simpel und sicher in der Bedienung, inklusive selbstlernenden Datenabgleich in Echtzeit. Mit diesem Konzept überschreiten wir konkret die Digitalisierungsgrenze, die mit klassischen Methoden unüberwindbar bleibt. Zukunftssicher, weil Strom für nachhaltige Energie steht, unabhängig zu Gas oder Öl macht. Der hohe Digitalisierungsgrad eröffnet zudem neue Optimierungsfelder, die mit anderen Technologien so nicht erreichbar sind. All das im ganzheitlichen Anspruch der Lebensmittelbranche. Wir leben Mikrowelle und unser Herz schlägt für besseres Food. Wir bringen Power to your Projects. ...